Warum ist YouTube eigentlich schuld, dass du kein besserer Gitarrist wirst? Die Antwort ist eigentlich super simpel. Und zwar, YouTube zerstört dir deinen Fokus. Ja, und zwar ist es ja so, dass man bei YouTube ganz viel kostenlosen Content bekommt. Ich bin ja selber einer, der solchen Content kreiert. Und du konsumierst den dann und setzt davon aber relativ wenig um. Und das ist auch gar nicht deine Schuld, sondern das ist halt eher so ein Gedankending, ja. Dass man denkt, okay, mit diesem Video oder mit diesem Trick wird mir das super, super leicht fallen, dieses Thematik oder womit ich mich auch immer beschäftige, schnell zu meistern. Aber das ist halt dieser Trugschluss an dieser ganzen YouTube-Sache, ja. Es geht nicht schnell. Es wird niemals schnell gehen. Es gibt keine Hacks, es gibt keine Abkürzungen, es gibt keine Tricks von irgendwelchen krassen Großmeistern oder irgendwelche Rockstars. Das gibt es alles nicht. Man muss sich hinsetzen, man muss die Sachen durchziehen und den Fokus auf eine Sache lenken. Und wie du diesen Fokus behalten kannst, das will ich dir heute mal erzählen, damit du sozusagen auch, ja, der Gitarrist wirst, ja, der du sein willst. Denn oft wird es ja so gesagt, ja, schau mal hier, der Frank Bally, der sweept alles. Nur mit Sweep-Picking kannst du schnell werden. Und dann gibt es irgendwie Tom Quayle, der aber ausschließlich, also nicht ausschließlich, aber der übelst viel Legato spielt, aber auch supergeile Lines. Und dann sagt halt der andere, ja, nee, nee, du musst Legato spielen, um halt eine richtig geile Technik zu bekommen. Und jetzt würde ja auch keiner dahergehen und sagen, dass Frank Bally schlechter als Tom Quayle ist oder andersrum. Die sind halt in dem, was sie machen, unglaublich gut. Und es liegt einfach daran, dass sie sich zum Fokus gesetzt haben, diese eine Sache zu machen und nicht von diesem Weg abzuschweifen so. Und das ist in der heutigen Zeit halt super, super schwierig. Es gibt zu jedem Thema ein Video, ein Buch, einen Kurs oder was auch immer, ja. Und dann denkt man so, ah ja, das ist so, das ist das Ding, was mir fehlt. Aber das ist es nicht. Das ist nicht das Ding. Das Problem ist der Fokus. Und wie, ja, wie kannst du jetzt einfach für dich selber den Fokus setzen, dass du sagst, ja, ich will jetzt irgendwie was machen, dabei bleibe ich und dann werde ich auch besser. Weil das ist der einzige Weg, in dem man sich lange genug mit einem Thema beschäftigt, um dann sozusagen, ja, die Fähigkeiten zu erlernen, auszubauen. Und das ist der ganze Trick. Es gibt keinen anderen Trick, keinen Fünf-Minuten-Trick. Und so wie ich das immer mache mit meinen Schülern oder auch ganz oft für mich selber, und da rede ich jetzt nicht nur vom Gitarrenspiel, sondern auch generell von irgendwelchen Lebenslagen, könnte man sagen, habe ich hier so ein kleines PDF wieder gemacht. Ja, das kannst du dir jetzt runterladen oder nicht, oder kannst du es einfach nachbauen sozusagen, Ziele setzen. So, das hast du bestimmt auch schon tausendmal gehört in irgendwelchen Videos. Ja, du musst dir Ziele setzen. Wenn du schneller werden willst, dann musst du halt irgendwie die BBM aufschreiben. Oder wenn du das und das Rocksong spielen willst, dann musst du halt täglich üben. Ist prinzipiell jetzt erstmal nicht falsch, aber ist nicht das, was ich meine. Und zwar mit Ziele meine ich jetzt, wir machen das Ganze mal an einem Beispiel. Sagen wir jetzt mal Jazz. Jazz-Gitarre ist so ein Ding, was viele Leute, ja, super interessant finden und gerne spielen würden wollen und irgendwie nicht wissen, wo sie anfangen wollen. Ja, dann würde ich halt sagen, okay, mein Ziel ist sozusagen Jazz. Jazz-Gitarre spielen. Und jetzt steht hier noch dabei, möglichst messbar beziehungsweise greifbar. Wenn ich jetzt sage, ich will Jazz-Gitarre spielen, ist das ja schwer zu greifen. Also man hat jetzt kein Endziel, wo man sagt, jetzt habe ich es erreicht, jetzt kann ich Jazz-Gitarre spielen, jetzt kann ich die Gitarre an die Wand hängen und brauche nicht mehr üben, weil jetzt kann ich es ja. Und zwar mit messbar und greifbar meine ich, dass du sagst, okay, ich würde gerne Jazz-Gitarre spielen, weil ich zum Beispiel zu meinen Lieblingsstandards einfach improvisieren will oder weil ich mich mal trauen will, auf eine Jam-Session zu gehen und dort einfach ein paar Titel mit der Session-Band zu spielen. Oder du sagst, ey, ich würde gerne irgendwie mal versuchen, vielleicht in einer Big-Band oder so zu spielen oder mit anderen Leuten, die gerne Jazz spielen. Einfach mal eine kleine Jazz-Kombo gründen, ja, dass man da was Handfestes hat, wo man sozusagen darauf hinarbeiten kann, wo man dann am Ende des Tages auch sagt, ja, dafür mache ich das Ganze, ja, das ist super, super wichtig. Und das greift auch so ein bisschen in diesen zweiten Punkt ein. Versuch vor dir selbst zu erklären, warum du dieses Ziel gewählt hast. So, jetzt könnte man sagen, okay, warum willst du denn in einer Jazz-Kombo spielen? Warum willst du denn irgendwie mal Jazz spielen? Vielleicht ist es halt einfach bloß so, ja, ich würde gerne einfach mal, weil das so mein Lieblings-Genre ist, weil das entspannte Musik sein kann oder vielleicht, weil es einfach ein Genre ist, was halt sehr anspruchsvoll auf der Gitarre ist oder da musst du halt selber für dich was finden. Ich würde jetzt hier zum Beispiel sagen, weil die Interaktion, also ich würde mir jetzt als Ziel setzen, ich will mal auf einer Jazz-Session spielen, ja. Und dann sage ich, okay, warum will ich das? Weil mir die Interaktion mit anderen Musikern Spaß macht. Ich will das einfach mal erfahren, wie das ist. Bisher war ich immer nur selber bei einem Konzert dabei und ich fand es super faszinierend und ich will das einfach mal selber erfahren, wie das ist, wenn man so auf der Bühne steht oder vielleicht auch bloß im Proberaum und mit den anderen dort zusammen musiziert. So, dann der nächste Schritt ist, brech das einfach mal so in zwei, drei Meilensteine runter, wo du sagst, ja, jetzt habe ich was erreicht. Darauf kann ich stolz sein. Das ist super geil, dass ich das erreicht habe. Jetzt, das wäre zum Beispiel in dem Jazz-Beispiel, ein Meilenstein könnte sein, ich habe zum Beispiel zwei Standards gelernt, könnte ein Meilenstein sein, dass man sagt, okay, ich will Fly Me to the Moon und Set and Dole zum Beispiel spielen, ja. Die will ich auswendig können, da will ich die Melodie spielen können, da will ich begleiten können, da will ich auch ein Solo drüber spielen, alles auswendig. Das wäre zum Beispiel ein schöner Meilenstein. Ein anderer Meilenstein wäre zum Beispiel, ich will irgendwie ein paar coolere Voicings für meine Dominant-7-Akkorde haben, ja. Das wäre zum Beispiel noch ein Meilenstein, worauf man hinarbeiten kann. Oder du sagst zum Beispiel, ich will ein paar coole Akkord-Voicings für 2-5-1-Verbindungen haben. Das wäre auch noch so ein Ding. Oder ein weiterer Meilenstein, der mir einfallen würde, dass du sagst, ich will unbedingt mal das Solo von So What von Miles Davis nachspielen oder weiß nicht, Wes Montgomery, irgendwie Kariba oder 4 & 6 oder sowas, dass man das sozusagen festlegt. Und dann, wenn du das sozusagen alles handschriftlich aufgeschrieben hast, ist sozusagen der vierte Punkt, dass du diese Meilensteine in kleinere Projekte unterteilst. So, und wenn du jetzt sagst, ey Tom, das fällt mir super schwer, da meine Ziele irgendwie zu rauszukristallisieren, dann kannst du dich gerne mal auf meiner Website ins Kontaktformular eintragen mit deiner Telefonnummer am besten, weil dann kann ich dich zurückrufen. Dann können wir da kurz einfach mal ganz unverbindlich am Telefon quatschen, ob ich dir da helfen kann und ob sich vielleicht Unterricht bei mir lohnen würde. Nehmen wir an, du hast jetzt als Meilenstein definiert Set & Dole. Den willst du lernen, das ist ein cooler Standard, den will ich unbedingt mal spielen. Und das ist ganz witzig, weil eigentlich mag ich den nicht, weiß gar nicht, warum ich den jetzt als Beispiel genommen habe, aber egal. Und dann sagst du, okay, als erstes will ich erstmal das Thema können. Also die Melodie, dieses Dann lernst du das. Wie, wo auf dem Griffbrett, ist egal, ob mit Oktaven, ob als Chordmelodie. Da musst du selber für dich einschätzen, was ist eine gute Schwierigkeit, wo du sagst, ja, so kann ich das schaffen, so mache ich das. Und genau, das wäre sozusagen ein Projekt, was man sozusagen für zwei, drei Wochen erstmal machen kann und sich wirklich bloß darauf fokussiert. Denn ein weiteres Projekt für Set & Dole wäre zum Beispiel schöne Begleitung, ja. Vielleicht erstmal nur in Shell-Voicings mit einem einfachen Rhythmus. Und so weiter, ja. Dann kannst du da sozusagen eine Begleitung ausarbeiten und dann kannst du das selber für dich schon einlupen, kannst dann die Melodie drüber spielen und so weiter. Dann könnte man sagen, ein weiteres Projekt wäre zum Beispiel, ich will mal ein Solo transkribieren. Dann guckst du mal raus, ich glaube, Wes Montgomery hat auch mal eins gespielt. Irgendwie so ging das, glaube ich. Dann ging es, glaube ich, abwärts. Moment. Weiß ich nicht mehr genau. Ich kann aber die Noten mit beilegen, dann hast du da direkt was zum Üben. Das habe ich bestimmt noch irgendwo rumliegen. Cooles Solo auf jeden Fall gewesen. Genau, das wäre zum Beispiel ein weiteres Projekt. Projekt und dann könnte man zum Beispiel sagen, okay, jetzt will ich mich mal an diese Improvisation wagen, ja. Jetzt will ich mal selber irgendwie versuchen, dort was Schönes zu spielen. Und dann gehst du halt daher und sagst, okay, ich gucke erstmal, was passiert da eigentlich in dem Standard? Wo muss ich eigentlich was spielen? Was für Tonarten sind da? Wie muss ich da vorgehen und so? Dass du das wirklich runterbrichst und kleinere Sachen, die für dich sozusagen erstmal erreichbar sind, ja. Weil wenn ich jetzt sage, ich will in einer Jazzband spielen, dann ist das so super overwhelming. Man weiß nicht genau, wie fängt man wo an, was sollte ich jetzt tun oder so. Und genau. Und als Zeit, sozusagen als Zeitrahmen für so dieses Ziele, was man sich setzt, ist natürlich extrem individuell. Aber wenn du dir sagst, ich nehme mir jetzt ein Jahr Zeit dafür, dann ist das natürlich immer so ein bisschen Druck, ne. Und dann denkst du immer selber so, ja gut, bevor ich mir jetzt irgendwie das Video von Frank Gimbali zum Sweep-Begang angucke, was mich ja gar nicht, also wirklich null weiterbringt in diesem Jazz-Kontext, vielleicht sollte ich dann lieber zehn Minuten üben. Ja, vielleicht sollte ich dann einfach zehn Minuten versuchen, das Thema nochmal zu spielen. Und das ist halt wichtig, dass du, ich meine, du kannst dir das Video von Frank Gimbali trotzdem angucken, so ist es nicht. Aber du solltest sozusagen nur die Sachen üben, die dir bei der Umsetzung von deinen Zielen helfen, ja. Weil du ja sozusagen gesagt hast, okay, ich will in dieser Jazz-Kombo spielen. Ich will Jazz spielen, weil ich das entspannt finde, mit anderen Musikern zu spielen oder weil mich das inspiriert hat, als Zuschauer sozusagen diese Musiker zu beobachten. Und ich will mal selber wissen, wie das ist, ja. Und wenn man das quasi immer im Hinterkopf hat, ja, wie so eine Art Hebel, wie so ein Motivator, dann ist das eine ganz andere Sache. Dann geht man ganz anders mit seiner Zeit um und sagt sich, ja gut, so Tom Quayle mit seiner Quarz-Stimmung auf der Gitarre ist cool und mit seinem Legato ist irgendwie voll geil, aber ich übe das jetzt nicht, weil mich das nicht weiterbringt. Und das ist das Problem mit diesem ganzen YouTube-Zeug, was wir heutzutage haben. Ich meine, ich bin da auch Teil des Problems, natürlich. Aber man guckt ein Video, womöglich übt man gar nicht das, was vorgeschlagen wird in dem Video, sondern guckt vielleicht sogar das nächste und weiß sozusagen theoretisch, wie es funktioniert, aber kann es natürlich nicht anwenden. Weil natürlich diese ganzen Sachen, die man auf YouTube sieht, die Creator, so wie ich einer bin, die haben sich ewig lange mit solchen Sachen beschäftigt. Die haben super viele Stunden geübt, um dieses, ja, um das, was sie halt gerade vorstellen, irgendwie zu meistern, ja, wie mein letztes Video mit den 2-5-1en. Das kann ich natürlich in einem Video von 20, 25 Minuten erklären, aber das irgendwie zu meistern, zu spielen, schön zu spielen, das ist ein ganz anderer Schuh. Da kannst du dich erstmal ein halbes Jahr hinsetzen und diese Sachen durcharbeiten so. Dann ist das schon wieder was ganz anderes, ja. Und das ist so das Ding, warum YouTube da so ein bisschen dran Schuld hat, dass du nicht weiterkommst, ne. Und das ist, wie gesagt, auch gar nicht deine Schuld. Man wird natürlich von allen Seiten irgendwie zugebombt. Man findet irgendwie den anderen YouTuber noch irgendwie sympathisch und der hat coole Ansätze. Aber dann finde ich den auch cool und eigentlich mag ich auch Metal statt Jazz und irgendwie finde ich ja auch so Fingerpicking-Folk-Sachen cool. Und man mag irgendwie so alles, aber man muss natürlich nicht. Aber wenn man wirklich ein besserer Gitarrist werden möchte oder will, dann sollte man sich Ziele setzen und fokussiert irgendwie daran arbeiten. Und ich würde dir das wirklich mal empfehlen, dass du das mal probierst. Und sei es bloß für zwei Monate oder sei es bloß für einen Monat, ja, vier Wochen. Dass du sagst, okay, in vier Wochen will ich mal ein Ziel erreichen. Wirklich bloß an einer Sache arbeiten. Und das wird schon einen großen Unterschied machen. Das wirst du selber merken. Das ist einfach, wenn man sich mit einer Sache wirklich intensiv beschäftigt und wirklich nur diese eine Sache auf dem Instrument übt, dann ist das ein ganz, ganz anderes Feeling, ja. Man hat da ein ganz anderes Verständnis für. Und man geht viel, viel anders mit diesen ganzen Sachen um, ja. Ich gucke mir auch gerne mal so YouTube-Zeugs an und denke mir so, na, hätte ich schon Bock drauf. Aber eigentlich bringt mich das nicht dahin, wo ich gerade hin will, ne. Und dann denke ich mir so, ja, nee, hat zwar Spaß gemacht anzugucken, aber werde ich jetzt irgendwie nicht in meinen Überplan mit einpflegen. Einfach, weil es ja nicht kontraproduktiv ist. Aber es bringt mich halt nicht weiter, ne. Genau. Und das lege ich dir mal ans Herz mit diesem Video. Versuch das mal. Und wie immer danke, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Nächste Woche kommt wieder ein anderes Video, was ein bisschen praktischer ist, was du dann noch ein paar Wochen durchziehen kannst. Und ja, ansonsten, Tschüssi!